Müssten wir möglicherweise dann doch noch mal vertagen. Ich würde ganz gerne noch zum Thema Migration ganz kurz hören. Sie sind ja gewissermaßen auch ein Migrantenkind. Ihr Vater kam aus dem Iran und Sie haben das ja auch erlebt, dass man in einer Sonderposition ist. Aber wie nehmen Sie denn die Veränderungen in Deutschland durch Migration wahr, wenn Sie durch Thüringen reisen, wo Sie geboren sind, oder auch im Saarland, um mal eine ganze Spannweite aufzumachen? Also zum einen gibt es natürlich immer auch Migration in offenen Gesellschaften und man sollte jetzt nicht so tun. Das ist ja zum Beispiel das Problem bei einigen in der AfD. Also so ungefähr Nationalität ist eine Frage des Blutes. Also das ist ein wirklich rassistischer Ansatz. Also wenn ich sage, man ist nur deutsch, wenn man deutsch geboren ist und zwei deutsche Eltern hat. Also das ist wirklich aberwitzig. Nationalität ist eine Frage des Blutes. Das war bis 1999, also das, was einige in der AfD fordern, das neue Staatsbürgerschaftsrecht, das war bis 1999 in Deutschland gelten eine Rechtsordnung. Also das klingt mir jetzt etwas pauschal formuliert. Also ich will jetzt Sarah hier nichts unterstellen, aber der Logik wären ja CDU, SPD, Grüne, Grüne nicht, Grüne haben ja damals nicht regiert. Aber CDU, SPD, FDP alle rassistisch gewesen. Also das war ja, mal gilt eine Gesetzeslage in Deutschland, das wurde ja erst von Rot-Grün geändert. Wie gesagt, das ist mir zu pauschal ausgedrückt. Frage der Kultur. Und deswegen kann man selbstverständlich in ein Land gehen und dort, wenn man gut integriert ist, auch ein Teil dieser Gesellschaft werden. Viele Migranten sind das ja geworden. Also es gibt ja viele, die in Deutschland auch sind und die sind gut integriert und die arbeiten und die sind fleißig und die sind auch eine Bereicherung. Und das finde ich, muss man auch immer wieder sagen, weil das ja gerade diese unkontrollierte Migration, die wir jetzt haben, natürlich oft auch Ressentiments schürt, die dann vielen ehrlichen Migranten sind. Weil ich gefragt wurde, was das ist, das ist Tee tatsächlich. Oder irgendein Kräutertee, ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Migranten das Leben schwer macht. Aber wir müssen aufpassen, es ist eine Frage natürlich, ob Integration gelingt und ob Integration überhaupt gewollt wird. Und wenn es natürlich, sagen wir mal, Milieus gibt, die sich immer mehr abschotten gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, wo quasi die Ablehnung der westlichen Kultur, auch der hiesigen Kultur identitätsstiftend ist, dann hat das nichts mehr mit einer Bereicherung zu tun, sondern dann kriegen wir Probleme. Und das haben wir schon in einem Umfeld bestimmter, auch stärker radikaler, islamistischer Moscheen. Wir haben es in bestimmten Stadtbezirken, wo einfach sehr, sehr viele, also wo da mehr Migranten fast wohnen als Einheimische. Und da funktioniert Integration nicht mehr. Und das spaltet die Gesellschaft. Zum Schluss noch einen ganz kurzen Blick auf Ihre Partei. Wenn man sich anguckt, Ihr Mann Oskar Lafontaine hat die SPD verlassen, der geht es heute nicht besonders gut. Er hat die Linke verlassen, der geht es auch nicht besonders gut. Könnten Sie sich vorstellen, wie es ausgeht, wenn er Bündnis Sarah Wagenknecht verließe? Ich glaube nicht, dass er Bündnis Sarah Wagenknecht verlassen wird. Und Sie müssen natürlich auch sagen, als er diese Parteien verlassen hat, also zumindest bei der SPD, bei der Linken war es anders, da hatte er ja lange keine Funktion mehr. Die SPD hatte gerade geschafft, nach sehr vielen Jahren wieder den Kanzler zu stellen und eine Regierung anzuführen. Das hat ein bisschen was auch damit zu tun, mit seinem Wirken als Parteivorsitzender, würde ich sagen. Es gab dann eben inhaltliche Konflikte. Und ich denke schon, auch wenn das einem immer wieder vorgeworfen wird, das gilt auch für andere Politiker. Also ich habe mehr Respekt vor Politikern, die bei ihren Überzeugungen bleiben, selbst wenn die Partei in eine andere Richtung abbiegt und dann vielleicht auch die Konsequenz ziehen, als vor dieser Art Politiker, die wir massenhaft haben, die ihr Fähnchen nur nach dem Wind hängen, die immer nur gucken, was die Leute um sie machen und was karrierefördernd ist. Und wenn die SPD für Waffenlieferung ist, dann sind sie für Waffenlieferung. Und wenn die Grünen für Krieg sind, dann sind sie für Krieg, obwohl sie vielleicht früher mal das Gegenteil vertreten haben. Diese Art Politiker, die brauchen wir eher weniger. Welche Rolle spielt denn Oskar Lafortin bei BSW? Büroleiter, Strippenzieher, Erklärer? Was ist er da oder ist er einfaches Mitglied? Er ist Mitglied und er ist jemand, wo ich sehr dankbar bin, dass wir viele Dinge auch diskutieren und dass er mir wichtige Hinweise gibt. Letzte Frage. Ja, und er ist in Medien präsent. Die Leute kennen Oskar Lafortin, sie mögen ihn und er ist in zahlreichen Formaten zu Gast. Also ich sage das auch immer wieder, auch seine Arbeit mit alternativen Medien ist sehr, sehr gut. Er schreibt in Nachdenkseiten. Er war in einer großen deutschen Talkshow, ich glaube, bei Maischberger und ein paar Tage später war er bei Daniele Ganser. Und auch da hat er hunderttausende Klicks bekommen. Also das ist sehr gut, was der Mann macht. Ich würde andere hochrangige BSW-Politiker auch gerne häufiger in alternativen Medienformaten sehen, wie das bei Oskar Lafontaine der Fall ist. Der wurde ja auch schon zweimal von Punkt Preradovic interviewt. Das ist sehr, sehr gut, finde ich das. Ihr Markenzeichen sind ja diese Kostüme, diese, sagen wir mal, sehr seriös wirkenden Outfitte. Und dann gibt es immer wieder Leute, die fragen, wo kaufen sie? Hat das eine bestimmte Strategie? Bei der Kanzlerin wollte man immer wissen, welche Farbe jetzt gerade für welchen politischen Inhalt steht. Haben Sie irgendeine Vorliebe oder irgendeinen Ausstatter? Ich habe keinen richtigen Ausstatter. Allerdings habe ich eine wirklich sehr sympathische Boutique in Saarbrücken. Und die Inhaberin schreibt mir dann immer mal, wenn sie ein Kostüm wieder hat oder ein Jäckchen, wo sie denkt, dass es mir passen könnte, schickt sie. Ja, ich glaube, damit schließen wir ab. Also die Kleiderwahl, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was wir in der Reaktion hier noch verarbeiten müssen. Gutes Interview von Sarah Wagenknecht. An manchen Stellen fand ich ihre Aussagen etwas zu pauschalisierter. Ist in einem Interview immer schwierig, wenn du spontan auf Fragen antworten musst. Gutes Interview. Ja, wir werden bestimmt noch auf viele weitere reagieren. Es ist wichtig, dass sie im Wahlkampf möglichst präsent ist. Finde ich auch gut, dass sie mit einem Format wie NIOS spricht. Ja, okay, sie ist jetzt die Vorsitzende. Sie hat da meistens zu tun. Sie wird da meistens von Medien angefragt. Also noch mehr präsent sein kann sie wahrscheinlich nicht. Ich würde auch andere hochrangige BSW-Politiker gerne häufiger in alternativen Medienformaten sehen. Hatte ich ja eben gerade schon gesagt. Aber ja, gut, dass Wagenknecht sich hier stellt. Und schönes Interview. Also auch die Fragen von Schula, die fand ich durchaus fair. Also ich mag ja NIOS nicht, vor allem die Finanzierung. Damit Frank Gotthard, also diesem CDU-Milliardär, sehe ich alles sehr kritisch. Aber das Interview, das haben sie gut gemacht. Fairer als das, was in den Öffentlich-Rechtlichen überall der Fall ist. Das muss man, glaube ich, auf jeden Fall sagen.